Hallo. Oh ja. Alles klar. Schön, dass ich vorher schon aufgenommen habe. So habe ich zumindest Fletsanmot. Gut, dass ich nicht vorher aufgenommen habe. Alles klar. Alles mal verkacken. Ja, mein Kind zu mir. Okay, dann mache ich es eigentlich auch nochmal. Meine Aufnahme, herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Folge Let's Play GTF 5 Custom Maps. Mit so einem Mixed Cut. Ja, auf jeden. Weil wir in der letzten Folge so ein Fassball-Bock hatten auf eine Zu-Fuß-Parcours-Map, werden wir diesmal wieder eine spielen. Aber diesmal haben wir den Schwierigkeitsgrad gesteigert. Und ja. Das ist kein Fußball. Doch, zu Fuß. Ja, meine ich. So, erstmal Keine Übersetzung, keine Übersetzung. Erstmal ein Taui. Und ja, ein Tausender. Und diesmal sind es 14%. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf der Rageen. Ob Jonas das Ziel erreicht. Von den Porten so hässlich, ne? Ja, dann abzeigen. Fleißfeld erstmal los. Oh, der 1 Meter, oh, leider jetzt. Ja, das finde ich einen unfairen Vorteil. Oh, der 1 Meter zu laut, weiter. Äh. Bruh. Ja, aber wie? Punkt 2 und wir sind schon am Arsch, Alter. Hier eine Leiter? Keine Ahnung. Sehen wir ja jetzt gleich. Oh, jetzt bin ich auf dem ersten Platz. Hä? Mir gefällt die Map. Wir kriegen keinen einzigen Punkt. Mir gefällt die Map. Ah, ich hab's gesehen. Jungs, kommt hier hin. Wo? Ja, da, wo wir den Punkt vorhin eingesammelt haben. Ja, dann respawn ich einfach. Das hab ich auch gesehen. Ach, wow, echt? Mh. Oh, Leute. Oh, oh. Oh, 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 oh. Erstmal den Zappelmann machen wir. Hey. Hallo. Hi. Jonas, beruhig dich doch. Nein. Er fällt runter. Was ein Dödel, ey. So, easy. Ich weiß gar nicht, was an dieser Map so schwer sein soll. Ja, tschuldigung, weißt du, zweiter Punkt. Der haut alles gerne raus. Was ist denn hier an Schwer, Alter? Ich mach das easy. Hallo, spring doch. Pst. Au. Das hat wer getan. Der ist bei den Beinen gebrochen. Ich bin bei mir nicht. Oh, guck mal, ich hab ein Gott. Bei mir sind nämlich auch nicht gesprungen. Au. Wow. Okay, haben den Punkt, easy. Ja, erstmal töten, ja. Hallo, beruhig dich doch mal. Nee, nicht an mein Auto reifen, also. Hört doch auf, nach mir zu schießen. Nach dir, bist du doof? Ey, das ist so behindert, ne, auf PC mit Controller zu aimen. Äh, dafür gibt's extra Lobbys mit Controller hin, damit man halt den Autor hin. Ja, aber ist ja langweilig. Ja, nee, ja, doch. Hä, wo muss man hin? Einfach durch. Na, was? Ja, warte, der Punkt, der Punkt soll oben sein. Ah, okay, ja, wow, um die G. Weißt du, die Naps überholen mich mal wieder, ne? Was die Naps, Alter? Wir sind die Kings. Wir sind die Kings, Alter. Wir sind die Kings, Alter. Warum? Was? Ey, ich frag mich grad mal hin. Ah, okay. Ich nehm einfach immer die erste Leiter, die mir entgegenkommt. Ey, hier hätte wenigstens mal ein schöner, stabiler Checkpoint hingekonnt, damit man den hässlichen Bumsweg wenigstens nicht zurücklaufen muss, wenn man jetzt auf die Schnauze fällt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ich sag's ja nur. Aber gut, Lolli und ich haben den Punkt sowieso, von daher. Aber Treppen sollte man eigentlich schaffen, ne? Ja, sollte. Sollte, wie du könnte, Kollege. Ach, hier muss man noch klettern. Deswegen ist es nicht, dafür bin ich tot. Tja. Dann wäre es halt Karma. RIP! Hä? Alter, fliegt sich das alles, was wir von neu machen, ne? Dein Ernst? Ja. Na, Karma. Hä? Wo ist der Checkpoint? Ach, da oben drauf. Wollen sie erst auf der runter plumpsen? Ja. Aber nicht so oben. Wo muss man runter plumpsen? An den Punkt. Junge! Ey, Alter, der ist zu behindert, an so'n scheiß Squad vorbeizugehen, ne? Fast zu dir. Hallo? Stimmt, das ist echt so'n, so'n, so'n... Das ist so'n richtiger Körper-Close, Alter. Sag ich doch. Kevin. Kevin? Was? Hast du jetzt Kevin gesagt? Ja, so'n richtiger Kevin. Achso. Ist aber nicht nett. Buddy-Check, ah, ne. Hier? Er bleibt halt eisgabend mit der Fresse an diese mässigen Holzänge. Jetzt auch? Oder? Ich weiß nicht, wir müssen halt auch irgendwie hören, ne? Weiß nicht, was gemeint ist. Hey, Flitz? Jo. Ah, lol, der ist doch hier direkt oben drauf. Das ist nicht schwer. Äh, wo oben? Hä? Ja, hier aufs da. Ach, ihr seid hier, oder? Du warst... Wo du gefragt hast, hier. Da, wo du dann auf dieses, äh, Geländer. Hier, hier bei diesem Turm. Hier musst du dann wieder hoch. Lol, das ist ja voll easy. Hallo, bist du behindert? Nein! Alter! Jetzt wäre der fast runtergeplumpst, ja. Lolli, hör doch mal auf jetzt! Geil, Alter. Weißt du, er kriegt da seine spastischen Anfälle, ey. Und ich komme deswegen nicht hoch, oder was? Ach, ihr habt einen Elektroschock bekommen? Nein. Hä? Wo kann man denn da einen Elektroschock kriegen? Ja, moin, bleib an dem... Ich weiß es halt. Bleib an dem Rohr hängen, natürlich. Ja, genau, ja. Lass dich halt noch krasser... Du hängst bei mir halt in der Luft. Lass dich halt noch krasser durchnehmen, Alter, ey. Ja, kann man sehen. Boom! Äh, Nivo? Hätt schon, ey. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen... Was war das? Wir müssen auf jeden Fall wieder hoch. Ach, da hinten. Ach, hier. Jetzt müssen wir runter. Na, ich treffe aber nicht. Ja, geh, geh. Gut Job, Jonas. Alter, das ist schon knapp. Ach, du... Selin schreibt gerade, du magst es doch wohl, hart durchgenommen zu werden. Ja, genau. Auf jeden Fall. Nicht meine Aussage. Selins Aussage. Ja, ja. Kenn ich nicht. Aber von Selin... Selin. Wow. Er fällt halt eisgelt runter. Oh mein Gott. Oh mein, nein. Oh mein, nein. Oh mein, nein. Keine Ahnung. Warum? Weil hier ist Straße, wir haben keinen Parcours mehr, deswegen. Warte. Wir sind auch gleich... Nö, du machst hier nichts einfach alleine. Was ist denn los mit dir? Er bestimmt halt alles gerade... Ja, hier ist nichts mehr. Ich fahr dann jetzt mal mit dem Auto. Ja, ist er auch nicht. Ist der nächste Parcours. Deswegen kannst du ja trotzdem laufen. Ah, du siehst. Faules Sau, Alter. Weißt du, wenn ich laufe und irgendeine Fläume fährt, dann ist es... Nee, der einzige, der hier immer fährt, bist du. Wo ist der eslische Punkt? Ey, Lolli. Lolli, fährst du jetzt eiskalt? Nein, ich laufe. Wusste auf der Karte, wie langsam ich bin. Du bist immer lang. Ja, der fährt halt einfach ganz langsam. Weil es ja so viel bringt, ob man jetzt langsam läuft oder langsam fährt. Nein, hallo. Hi. Bleib doch oben, du Hurensohn. Oha. Du Hurensohn. Jetzt zaube die harten Worte raus. Ja. Immer noch besser als den harten Halt rauszuholen. Ich meine, das ist alles mit Autofahren, aber egal. Ja, hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Alter, machen die Windräder in Lärm. Alter. Alles klar. Wow, man muss ernsthaft respawnen. Wie behindert ist das denn? Oh, Tom Clancy's, äh, Dings, äh, Rainbow Six Siege ist runtergebummst. 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 Na, was sollt ihr euch bummst runter, was? Alter, dieser Bummssprung, ne? Ohne Witz. Lolli. Ja. Was geht? Weißt du, ich wollte gerade auf dich schießen. Ja, bei dir weiß ich's nicht. Immer wenn ich dich mit der Waffe in der Hand sehe, zittab mein Popo. Ähm. Aber auch zu rechts? Ja, zu rechts. Genau. Löl? Ne, ich werde garantiert nicht flitzt dazu überreden, dass er mit mir spielt. Haha. Was? Loll. Wow. Dieser Boy, was ist denn falsch mit ihm? Alter, das ist echt hart, Assi. Ja, der... Alter, der ist... Oh, shit, ey. Ist halt... Ey, Junge, der Typ, ne? Never! Der hat halt die hatteste Behinderung EU-West, ey. Never. EU-West, ja. Hm. Wieso kann der nicht springen und nach dem Sprung auch wieder auf den Füßen landen? Wahrscheinlich muss ich hier rein, ne? Vermutlich jetzt schon. Ja, weiß nicht. Klebt auch Haare dran. Was? Never. Never. Loll. Boi! Guck, Körper. Ah, okay, hier oben ist nächstes Punkt. Wollte schon sagen. Alter, wiederum kann ich... Ey, Alter, dieser behinderte Kacksprung ohne Witz. Hä, ist der dumm? Ey, Leute, musst du in den ersten Container rein, oder... Was da war's? Ich bin da rein. Okay. Und dann hab ich da ganz indikant hingestellt, hab da rumgeschaut und bin dann in den grünen Container rumgesprungen. Hä? What the fuck? Dann kennst du, kennst du die Lusos, wenn die sich so am Ende des Containers zu stellen und dann so hochspringen? Mhm. So. Ja, aber... Das geht aber bei dem Roten nicht. Ich bin der Punkt, Junge! Pff, Gott sei. So ein behinderter Checkpoint, wie das war, ey. Ach, wahrscheinlich... Ey, wie soll ich über diesen Kack-Zaun kommen? Kein Ernst? Oh Gott, und er springt wieder... Er springt wieder seitlich runter. Ach, das war ein zu flitsch, da muss man respawn. Extra, damit man über diesen Zaun kommt. Nächste, wer ist das neue Beyblade, Alter. Du bist ein Beyblade? Ja. Du bist ein Fettblade, höchstens. Ich fand ich an den Funksch. Ah, alles klar. Okay. Ey, was? Ja. Ist halt eiskalt und... Oh Gott, ey, da musst du jetzt auch ein Windrad vorbei, oder was? Ja, zweimal. Timing. Oh nein. Boi. Oh, dann später musst du dich von dem Ding in den Zwitter schleudern lassen. Und den Punkt rein. Was? Ja. Ja, die... In einem Autorennen schon mal. Ja, in einem Autorennen, okay. Aber mit Schleudern kennt Loli sich ja aus, deswegen ist der ja auch so fix. Ja, ich hab den Schleuder gar nicht mehr als. Hm. Okay, ich bin, glaube ich, zu weit geflogen. Wenn so weit, das gibt es nicht. Du bist zu weit. Das ist jetzt rassistisch. Wow. Hö. So, hallo, Bus. Hallo. Die Bims, der Bus. Alla Loli. Ach, das war deine Frage, ob man in den ersten... Äh, äh... Äh, lol. Ist doch voll easy. Ja. Oh, hier sind Windräder, naja, verdammt. Hier sind Windräder, verdammt. Das geht das nicht. Das war knapp. Boah, Junge, der ist so behindert, der Typ, ne? Alter, ich dachte, es war doch sowas von... Wer fährt da, fällt da mitten in seinem Port runter? Das war... Weil er sich jetzt zu zweitrottergefallen. Was der Porto aufwollen? Was so aufwollen? Boah, alles klar. Was ist das? Was passiert hier? Hat oben alles gesponsertiert. Boing, 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 boing. Nein, 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 ich runterspringen. Er springt halt runter. Ist halt dumm. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Äh, warum brennt hier alles? Lass mich aber wieder zu weit, das gibt es nicht. Ach so, du bist im Container, lol. Weil man von im Container einfach auch hochspringen kann. Ja, aber das ist ja langweilig. Aber geht der immer noch da unten? Jep. Nein. Was macht der denn? Einschlafen. Lol, Jonas, Alter, du bist so ein Hacker. Hi, na? Alter, lieg mir nicht im Weg. Ich fall ja auch noch runter. Ah, Karma. Was? Ah. So, jetzt machen wir das anders, Alter. So. Oh Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab die Tastelust und dachte mir so, oh, nee, fuck, das passt nicht. Das ist gegen den Geist nicht behindert. Jep, bist du. Geht doch. Alter. Wow. Wow, Mann. Bist du gerade auch vom Windrad erwischt worden? Nein, auf keinen Fall. Also ja. Aber ich hab's halt überlebt, ne? Darf jetzt von Anfang an wieder springen. Geh, geh. Alter. Nicht runterfallen, er fällt runter. Was man sagt noch, nicht runterfallen und er fällt halt trotzdem. Ja. Er ist voll die Frechheit. Heilige Mutter Gottes. Alter. Alter, mein Charme müsste schon richtig Kopfschmerzen haben, eigentlich. Hi, Jonas. Geh weg. Alter. Hab den Punkt. Ja, ich hab deine Mama. Aha. Keine Ahnung. Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Wow. Wir sind jetzt nicht so weit. Wow. Ich hab den Punkt, endlich. Ey, das ist aber ein geiles Ding in, Alter. Endlich. Er lebt halt noch. What the fuck? Mit dem wegschleudern lassen. Ja. Kommt, second try. Ey, Lolli, was ist denn los? Was ist dein Problem? Second try. Ich hab's. Lapp. Ich war heiß neu, als du das geschafft hast. Doch. Alter. Kannst du mal sehen, wie retarded du bist? Alter, bist du... Ich bin die ganze Karte auch so rumgeflogen, dann nach rechts weg. Ja. Dann zu weit. Bist du? Weil du dumm bist. Gedumm. Gedumm. Du bist gedumm. 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 So. Jetzt hab ich wieder Hunger. Okay. Wahrscheinlich. Ne, das war es nicht. Geh hoch? Hm, warte mal. Nein, er springt halt wieder seitlich hoch. Loll. Müssen da auch, wenn wir auch, ne? Das Ding ist, da hast du ja keine Auflagefläche. Das Ding ist, da hast du ja keine Auflagefläche. Das würde keinen Sinn machen, dass du das von da machen musst. Kann das sein, dass du vielleicht hier anfangen musst? Ne, macht aber auch keinen Sinn. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann brauchst du hier den höchsten Punkt. Was ist los? Nein, da nicht, Lolli. Was? Als ob. Aber du kommst doch gar nicht weiter. Ripp mein Leben. Oh mein Gott. Ja, GG. Oh mein Gott. Ja, ist doch okay. Wenn man mal die Schilder anguckt, ne? Ja, auf Schilder kannst du in diesem Spiel eh nicht mehr vertrauen. Hä? Was ist denn los mit ihm? Oh, hoho, hoho. Ho, ho, hm. Ja, spring doch hoch. Alter, ist der Retarde. Geht's denn jetzt lang. Alter, mein Schild ist einfach geistig behindert, ey, ohne Witz. Kenn ich. Er springt halt seitlich hoch, aber warum? Diese scheiß Containertüren. Hä? Loli, wohin? Wo? Ja, hast zwei Wege, die du gehen kannst. Du bist den roten Container hoch, ne? Ich bin da roten Container angegangen, ja. Hä? Wo kommst du denn da hoch? Warte mal, da, 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 dann muss ich... Hört sich, oder? Hä? Geht wahrscheinlich voll die lange Folge. What the fuck? Ach so, droppen. Geh. Ja. Voll geil, das Windrad sagt so, zurück zu los. Ne, zurück ins Gefängnis ziehen sie nicht überall los und ziehen sie auch keine 400 DM ein. Geh, geh. Okay, den ersten Punkt habe ich. Da ist das Windrad, ey. Ohne Witz. Hä? Das Windrad voll easy? Nicht mit meinem Glück. Was für Glück, Alter. Du brauchst einfach nur Skill. Ach, Mann. Yeah, Alter. Voll der über-elegante Schleif. Hä? Ja. Okay, wahrscheinlich irgendwo da hin? Okay, aber auf dem Zaun macht keinen Sinn. Hä? LoLi, musst du von hier oben da runter? Ja. Nein. Du musst respawnen und dann alles von unten wieder hochlaufen. Äh, als ob. Yep. Als ob. Yep. Als ob. Als ob. LOL GG Ja okay, das ist natürlich echt ein Asi-Move, ja Ich bin tot WTF WTF Wir haben alles runter Juhu Ja Das ist jetzt nicht das Problem, Mann Ja, GG Hälter Ich krieg diese Schatz-Springe nicht mehr hin, obwohl die eigentlich voll einfach sind Holy shit Boah Lolli, Alter, dass du an meinem Arschloch klebst, ne Äh Ekelhaft Ja, hab ich mir auch grad gedacht, dachte so, ja ne Nein Der andere Punkt Nein Loll Und er klatscht mit der Fresse dagegen Pfff Das ist mir auch passiert Schießt da ein scheiß Zentimeter und so weiter an der falschen Seite Ja, geh, geh, lauf doch langsam, Bruder Mach dir doch nicht so einen Zeitdruck Nacht Gute Nacht Gute Nacht Jonas Kommt halt davon, wenn man zuhause wohnt, ne Ja Ripp halt, ne Ja, das ist halt echt so Ja, GG, Fall Alona, Oden Äh Da Wer bin jetzt? Also ich find diese, ich find diese zu Fuß Alter, was ist ein Fick dich Parcours mit dem Megageil, Alter, ich liebe die jetzt schon, ne Ich hab die schon beim Zugucken immer geliebt Bei, äh, bei Kev und den Losers Und jetzt selber zu spielen Ich hab Kev schon ewig halt nicht mehr zugeguckt Nee, auch nicht Ich hab aber auch allgemein Ey, Lolli, ist das dein fucking Ernst? Boah, das letzte Mal Ne, das erste Mal, dass ich LP mit Kev gesehen hab, war als, äh, LP mit Kev zusammen mit Dena das Projekt hatten, äh, Minecraft, äh, Single, äh, Multiplayer Nee, ich hab, äh, ich hab, äh, 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 ich hab Kev über Dena kennengelernt Au Ich hab, die haben ja immer zusammen früher diese Challenges gemacht Ja, genau Und dann hatten die so eine Bike-Map und, äh, und mir war halt Kevs Stimme von Anfang an sympathisch Und dann hab ich gedacht so, okay, jetzt guckst du dir mal ein Gesicht dazu an Ja, und seit dem Tag, äh, hab ich halt das Ding ins geguckt Und ich hab das immer so gemacht Ach, Lolli, Alter Ich hab das immer so gemacht R6 hab ich bei den Lusos geguckt und GTA hab ich bei Kev geguckt Ja, als die Lusos dazu kamen, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf die Okay Keine Ahnung Nicht ernsthaft jetzt, oder? Ja, Lolli, guck dir die Scheiße an, die du hier fabriziert hast, Alter Was hab ich denn gemacht? Ja, ich kann ja nicht weitermachen wegen dir Fotze, Alter Ey, ich bin auch jetzt wieder hier unten Ja, na gut, dann mach du erstmal die Scheiße da weg Ich komm hier unten halt schon nicht mehr weiter Ja, du musst die Scheiße wegsprengen Ich bin schon klar, was ich machen muss Dass ich wegen so Mohnen wie dir die Scheiße hier verschwenden muss, ne? Einer sagt, nervt dich, dass es auf dich fehlt Fang die Nate, Schlampe Ey, ja, stell dich halt noch blöder an als du bist, Nate Tschüss Tschüss Co-tum, hin ins Loch Rhalt are Ah Eine G undingen Ding, 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 Ding O Ding 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 Fakt hat es ja ich sehe es gerade K Loll ist es durch die Rennen in der ersten Raketenwerfer das heißt er will man ja nicht so aber jetzt auch nicht das war die Welt das hat sich sehen Du kannst das Rohr einfach hochlaufen, was du so schwingt liebst. Läh. Okay, ich hab hier eh kein Rohrmehl. Man muss mal zu Fuß eine Rohrride machen. Ja. Alles klar. Du willst ein bisschen ab, ja. Was? Du willst ein bisschen abspritzen? Abkürzen. Ach so. Nein. Ja. Nein. Warum fliegt der da immer auf die Fresse? Weil er dumm ist. Wo seid ihr grad? Auf der Map. Kann ich da nicht einfach reinspringen? Aber das wär langweilig. Lull? Äh, Lolli, wo müsst... Ach so. Halt, Klapp, wennst du auf mich zu schließen? Was? Ja, ich weiß nicht, wer auf dich schießt. Ja, ich vermute, du... Ah, guck da, wo ich stehe. Holy crap. Weil du siehst mal, wie ich hier hingekommen bin. Ich hab den Punkt übrigens, Lolli. Ja. Ich weiß aber, wo es weitergeht. What? Hä? Mein jetzt hier. Nein. Tschüss. Warte. Alles ist wieder runter. Voll runter! Los, gau. Verdammt. Ich wollte nicht da runter treten. Hä? Ich kann mich nicht bewegen, doch. Okay, warte. Ich kann runter springen. Ich muss mal eben respawnen. Ey. Nee. Lolli, du musst jetzt nicht ernsthaft wieder hochlaufen, ne? Doch. RIP my life, Alter. Mal, hier stehen viel zu viele Quads rum. Mh. Hey, warum ist die jetzt sichern? Hä? Das weiß ich, weil du Hexern hast oder so. Das gibt's nicht. Ich hoffe, ihr habt die Explosion mitgepricht. Ja. Ey, was machst denn du da, Lolli? Lolli. Geh doch einfach hier oben zur Kante. Ist doch viel leichter, ey. Boah, jetzt musst du erst den Scheißweg hier wieder machen. Um dann da hinten den Scheißweg zu machen. Aber die ist geil gebaut, muss man ehrlich sagen. Mhm. Hallo? Könntest du eventuell da hochgehen? Danke. Und natürlich nicht runterfallen. Das wäre ganz knurkel. Das gibt's nicht. Ja. Das hier gibt's auch nicht, Alter. So, in die falsche Richtung. Du stehst da fest. Mhm. Du hast doch nicht rausgeschreien. Ja, aber nur fast. Hey, wie soll das mit dem Sprung denn mit dem Fliegen funktionieren? Das war voll easy, Jonas. Hä, ich bin da jetzt auch. Muss man da immer komplett durchrennen und das hat sich nicht davon mitnehmen. Wie sie ihr an, lauft dann schnell und dann hast du den Punkt eigentlich. Du, 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 du. Dung, 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 dung. Ach so. Ja, bin aber nicht weit genug geflogen. Warum kann man nicht über Quatsch klettern? Ich? Ja. Nein. Hä? Was war aber hinter mir? Ach so, ja. Vorhin bin ich einmal runtergeplumpst. Warum kann man nicht über Quatsch klettern? Das ist doch bekloppt. Ja. Ist halt GTA, ne? Das gibt's nicht. Das war ich nicht. Man kann echt nicht über Quatsch klettern. Ich hab langsam kein Bock mehr. Ach komm, jetzt hör auf zu tilten, Digga. Digga, ich bin den ganzen Weg, die ganze Zeit auf und da unten. Ja. Ist halt Crap. Die Frage ist, wo und wo musst du weiter? Ja, das muss ich selber herausfinden. Ich muss hier nicht mehr rausfinden. Also, die Rohre sind das, glaube ich, nicht. Hä? Warte mal. Da macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. So, vielleicht hier irgendwo droppen? Geh weiter. Da unten? Auf den gelben droppen, ne? Nein. Hä? Ist hier irgendein Element, wo ich... Ja, das wird 100 von der 5 Stunden Folge. Lol. Köpfe. Tot. Was denn? Ja. Ich hab's. Okay. Ach so, ich hab' kein Problem. Hä, was muss denn jetzt? Wobei, noch wird das ja bei weitem keine 5 Stunden Folge. Wir sind ja erst eine halbe hier an der Map dran. Hä, Lolli, was ist denn jetzt Phase? Da war von unten, wie es aufgebaut ist. Würde ja gern bei euch sein und mit euch überlegen, aber... Wie wir... Hä? Mit Flipflops kann man halt echt schwer diese Maps machen. Ja, jetzt sind es die Flipflops. Hä, du musst doch auf den gelben Container droppen, oder nicht? Nein. Du musst auf die Rohre. Wie willst du denn von dem Rohr aus auf das andere kommen? Ja. Ich schau mal nach hinten. Fahr mal da rum, sonst siehst du es dir an. Boah, was ist denn fahren, Digga? Ich laufe. Wenn du da unten zustehst, ist es recht erkennbar. Ach so, da ist... Hä, ey, der muss so blind auf dieses andere Rohr springen? Ja. Und dann noch Glück haben, dass es nicht abrutscht. Wo könnten wir noch mal gucken, wie viele Punkte wir schon haben? Äh, einmal schnell und kurz runter. 23 und... 26, ja, ist easy, schaffen wir aber unter einer Stunde. Ich nicht. Ich bin hier weg, was hier liegen. Wie ich einfach nur senkrecht nach oben fliege. Oh Gott, allerdings. Wird nicht laut. Hallo, springen wir mal da hoch jetzt, Alter. So ein bisschen Mongo. Habt ihr da zu viele Quads, dass ihr da nicht mehr rumkommt? Nö. Äh, das ist nicht so ein Problem, was von der Wurzeln auf dem Haufen hat, ja, weggestreut. Alter, alle Quads hier im Weg. Dann springen wir da weg. Ja, stell mich aber mal bei. Du machst da von der Distanz aus. Geht nicht, wenn ich nicht am Quads vorbeikomme. Alter, es ist ja... Immer dieses Geheule. Ja, weh. 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 Nein! Er kullert halt eiskalt vorbei. Tja. Was hast du... Das war ein geiler Stunt, Alter. Ich will das im Rollstuhl machen. Ja, kauf dir einen. Ich habe so Querschnitz gelämmt und so, weißt du. Mhm. Bei Happy Wheels ist der Opa da. Ich bin Opa. Er ist nicht bei Happy Wheels, der Opa, der in Oascha. Ach so, doch. Happy Wheels. Damals war das echt super. Hm. Na ja. Super ist relativ. Uh. Jetzt nicht zu weit fliegen. Ich fliege zu weit. Karma. Alter. Das gibt's nicht. Ich glaube, Jonas wird diese Map nicht beenden. Ja, doch. Hey, ich guckste darauf. Alter. Alter. Ich hab' ich so im Morin. Ich hab' ich alles fucking ernst, oder? Na, würde ich mir Gedanken machen, wenn du sowas im Morin hast. Mhm. Wenn du wüsstest. Ja. Erstmal schauen, was geschrieben wurde. Bei WhatsApp, oder was? Ja. Ist das überendet, oder was? Nee, hat er nicht. Er ist einfach nur tiltet. Komm, ich fall' doch jetzt doch in den Chair, woll. Endlich. War doch voll einfach, Mann. Hä? Da ist die Scheiße. Leute. Geh, geh. Ich bin von Gott gefangen. Grip, ey. Achtung, war laut. Ein bisschen. Ah, ihr seid über mir? Ja, alles Gute kommt von oben, Jonas. Alter, Leute, ich springte hier, komm, der Kutter. Wo muss ich denn hier lang? Oh, oh. Lolli tiltet. Wie komm' ich denn hier nach oben? Weißt du, das Behinderte ist halt, dass du so lange laufen musst, Alter. Ja, und die ganze Sprünge. Ja. Die ganze Scheiße. Und dann, wenn du einen Scheißfehler machst, Alter, dann musst du die ganze Kacke von vorne machen. Nein, geht gut. Also, sprich, erstmal zu dem Punkt zu kommen, dauert auch schon wieder so anderthalb Minuten. Nein, es springt halt eisgelt vorbei. Ist jetzt angebrochen, Mist. Hm. Yeah. Das fand geil aus, dann. Hast du den Punkt jetzt mal langsam, Jonas? Alter, fett. Ah, ich hab dich doch... Eskalation. Vielleicht ich geb dem einmal mit ner Forster und der muss mich direkt erschießen. Ja, das ist halt typisch Lolli, Alter. Er muss halt insta seine Komplexe loswerden. Alter, ich hab dir meine Waffe gegen deine Schläfe gehauen. Oh, Mann. Alter, fett, dass ich mich jetzt runtergekrams. Ernsthaft? Jonas, löst du hier gerade mit ner Sniper rum? Äh, nee, ist ein Maschinengewehr. Okay. Weil hier mit ner Sniper rum so laufen wäre... Grenzdebil. Wie Lolli. Lol. Typisch Lolli, Alter. 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 Nö? Das war geil. Hallo? Ach, Junge. Was ist denn los mit dir? Ja, fahr ich mich gerade auf, was mit mir los ist. Warum gehst du nicht hier direkt hoch, Lolli? Nein! Loll. Ich bin sehr, ich spring. Ey, da ist gerade jemand verreckt. Ja, ich... Alter, das gibt es nicht. Ey, hier sind zu vieles Quads, Alter. Ey, guckst du dir das an, Alter. Ach. Warte, warte. Guck dir die Quads an. Danke. Geh... Ja, jetzt platzen wir überall erstmal die Reifen. Ja, das ist Karma. Für was? Also ohne. Aber ich muss jetzt hier die blauen Dinger entlang. Nein, das ist Holz. Holz. Wo ich hinschieße. Ah, okay. Die blauen Dinger müssen wir lang. Da musst du später auch lang auf die blauen Dinger. Ja, des Öfteren. Das Öfteren ist auch milder ausgedrückt, äh. Wow. Oh, guck mal, Geld. Oh, Geld. Ich weiß ja nicht, wer hier überall sein Geld verteilen musste. Ich. Ich hab gar nicht im Fass, mein Herz ist kaputt gemacht. Ach, kennt man von dir. Loll. Och, Alter, ist das ein dummer Mongo, Alter. Warum? Nur weil... Ey, wie sieht einfach Jonas an, läuft runter. Weißt du, was der Typ gerade gemacht hat? Der ist alles gerade gegen den Baum gelaufen und dann noch weggeplumpst. Weißt du, was die ganze Zeit zwischen die Ritzel. Weil, warum springt... Ey, ich finde dieses Rohr, was hier liegt, ne, das ist so genial. Das, was da quer drüber liegt. Ja, das ist cool, Alter. Das ist so eine Krämpfe. Liegt die Muschi schon wieder, oder was? No. Warte, wie kannst du mich verprügeln? Ich war doch über dir. Ja, merkwürdig, ne? Verprügeln, Jonas, einfach aus Pferd. Das war ja am hintersten, am hintersten ist vor allem. Am hintersten, alles klar. Am hintersten, aha. Interessant, Lolli. Ja, ja. Oh, ja. Ey, Alter, ist der retardet, oder was? Ja, natürlich, Digga. Gönn dir mal richtig, ey. Oh, ich habe einen Checkpoint. Muss ich jetzt wieder runter, oder was? Ja, alles, doch, alles von vorne. Echt? Ja, immer alles von vorne. Immer. Ne, ich muss weiter nach oben noch. Ja, trotzdem musst du von vorne. Wenn du stirbst, musst du von vorne. Noi, ich spawne ja unten. Ja, deswegen haben wir doch die ganze Zeit gesagt, du musst immer alles von vorne machen. Ja, aber wie soll ich da jetzt an den scheiß Checkpoint? Das schaffst du schon. Du hast so lange, weil ich es an den Checkpoint hingekommen. Ich glaube, Jonas wird die Map nicht beenden. Nope, der ist halt schon frustriert. Rippt mein Leben. Ich finde es unvernünftig, solche Checkpoints zu machen. Nein! Oh, ist das ein Hoden. Scheiße, ich war schon, ich laufe die Rohr drauf und bin runtergerutscht. Nein, in ernster? Ja. Das ist miese. Ich glaube aber, wenn du das erste Rohr hast, dann ist es leicht. Und da, wenn du am letzten Fall ist, Alter, dann... Ja, dann... Dann hörst du nur noch Lolli, Alter, wie der Controller alles Mögliche fliegt. Instant in den Bildschirm, Box. Nee, da hörst du gar nichts, wie fliegst. Wenn ich fliegt, dann gehe ich aus dem Channel. Und... Ich fände einfach, einfach, Alter. Ey, Alter. Selin sagt, sie hätte schon längst, Alter, fehlgedrückt. Ja, das stimmt, ja. Oh, jetzt klettert der wie ein Weltmeister. Ja, ja. Das alles nur schein. Ich hab's. Was? Ich hab's. Uh, scheiß, zwei, alle. Schön in die Box rein, Kippen. Oh, oh. A-Trial. Ich hab den Punkt. Ja, du wiederholst dich. Wie können die leicht überhaupt schweben? Nein, ich weiß, ich hab's, ich hab den Sprung geschafft. Ach so! Loll, ich dachte, du hast den nächsten Checkpoint. Ne, den hab ich jetzt aber auch. Ja, gut Job. Danke. Aber alles ist von da an, ist leicht, ne? Ja, aber nach dem ist einfach alles leicht. Nicht so ganz gefällt laufen. Okay, ich kann fahren, Alter. Ich kann das Ziel einfach fahren, oder? Aber du sollst nicht fahren. Eben. Oh. Jetzt muss ich auf die blaue Kacke drauf. Äh. Warum wiederholt sich das so? Weil es dumm ist. Ja, ist es doch. Ich kann mich nicht bewegen, Dankeschön. Bitte? Ja. Oh. Hast du gesehen, wo ich grad hochgekommen bin plötzlich? Nö. Ich könnte euch jetzt die ganze Nacht facken, Alter, aber nö. Dann fliegst du aber, ja. Selbst dazu hab ich keinen Bock mehr. Aber noch ins Ziel, Ende. Na, dann wird's da jetzt langsam echt knapp mit der Stunde, ne? Da muss ja die eine Kaste mit dem Auto ja richtig einfach gewesen sein. Und dafür erst mal jetzt Schöttchen. Hähnchen? Schöttchen. Schöttchen vor allem. Schöttchen. Achso. Schött. Achso. Normale Menschen sagen, darauf erst mal einen kurzen oder so. Darauf erst mal ein Schöttchen. Nicht normal? Ne. Das stimmt. Ja, siehste? Ja, du bist Bayra, das reicht. Bayra? Bayramai. Ich hab... Tja. Weißt du, was ich denn verstanden hab? Nee. Natürlich das, was ich da verstehen wollte. Föttchen. Haha, Penis. Kiii. Der Penis gesagt, hahaha. Ööö. Oh, voll ins Loch. Pft. Hahaha. Triggerst du ihn doch nicht, Alter, das ist ihr Fachgebiet, was? Was? ist und er macht irgendwelche Sprechen nach der schlug der Bruder Prozent Brunson vor ihm und das Wort ist das verschüttet wenn er und das wird zu sagen Alter, ich will nicht in die scheiß Brunobox fallen Ja, ja, Jonas Immer diese Ausreden Fleiß, warum nennt sich Selin eigentlich Obst? Das fragst du doch selber Selin, warum nennst du Fleiß eigentlich Obst? Ah, scheiße, ich darf nicht zu nah ran Ja, bleib drauf! Oh mein Gott, ich bin drauf! Oh Gott, Alter, das klang jetzt echt ekelhaft Loll, und Der Körper close, Alter Aber egal, ich hab den Winkel jetzt Dieser Hurensohn Oh, kurz Und bei welchem Checkpoint seid ihr eigentlich? Lolli ist durch Ja, und du? Bei 24 Oder 23, ne 23 ist es Ist ja gar nicht mehr so weit vorne Nö, ein oder zwei nur Ja Bin bei 22 Ja Jonas, bewegen Niemand sagt, nee, ich soll mich bewegen Ja, ja Aber wie viele Headys ich dafür gebraucht hab, ey Kannst du mal sehen, was du für nen Potato-Aim hast, Alter Ja, oder du für nen Kartoffelkopf Hallo Ey Upsi War das der Granatwerfer? Yes Hier sind irgendwie zu viele Quarts Mach sie kaputt Mach die Augen auf Nein Die wär fast auf mich zurückgekommen Karma Ey, Alter Das ist so ein Körper close, der Typ, ne? Das ist unfassbar Bleibst bis zu an einem Winkel ein bisschen zu weit vorne, Alter Er kriegt sofort seine spastischen Anfälle Ja Das ist unfassbar Sportunterricht 6 Ja, der Typ auf jeden Fall, Alter Jetzt nochmal die Generator-Jumps So, dann bin ich wieder, Alter Hey, Lolli Ich war drauf, ne? Warst du da? Ich war drauf Runtergeschlagen? Mhm Der ist an dem letzten Bummskopf, ist er gebackt Und hat dann gesagt Jo, ich mach nen Abgang Aber egal Hey Aber ich weiß jetzt wenigstens den Winkel Wobei, wenn ich jetzt nochmal 10 Jahre brauche, Alter Habe ich ihn gleich schon wieder vergessen, ne? Boah, Alter Wie kann man nur so viel behinderte, spastische Anfälle haben wie der Typ, Alter? Ja, vor allem vorhin beim Elektroshop-Dings, ne? Boah, Alter Was ist seine fucking Mission, Alter? Oh, hi Hi, na? Bist du öfters hier? Krass Ich wusste gar nicht, dass man so mitte hier auch hochschauen konnte Ey, Alter Habe ich doch vorhin schon gesagt Das ist unfassbar Alter Dieser Lümmel Hast du gesehen, wie schnell ich hier jetzt hoch bin? Nope Und nen Abgang Spritzige Sache hier, und hast du was? Äh, nice, die Requests sind geradeaus Die sind nicht aus Die sind nicht aus, die sollten aus sein Das ist halt gerade eine Aufnahme, da sollten die Song Requests nicht angehen Verdammt Warum ist die Song Requests an? Das kann ich nicht sagen Ja, sorry, aber jetzt gerade halt nicht Warum gehen die Song Requests ständig von alleine wieder an? Ist hier kein Save-Button oder sowas? Oh, ich war nicht zu lange rausgetoppt, das ist gut Oh, hi Jonas Na, hast du den Körper gemacht? Ja Krasse Sache Und tschüss Anti-Made Du hast mich umgebracht Lol Good job GTA Schweinehaufen nennt man das Ja, Junge, jetzt spring doch hoch, Alter Ey, jetzt halt, dass ich dabei verrecke, weißt du Ja, ist normal, Alter Lol Ey Jetzt, jetzt kleckert Kleckert voll mehr Kleckert er nicht mehr Alter Ah, ich krieg hier langsam Auslöster Langsam? Bin ein sehr geduldiger Mensch, wenn du das noch nicht wusstest Ne, wusste ich bisher nicht Ja Ich bin's eigentlich nicht, deswegen wundere ich mich, warum ich so lange durchhalte Sind doch erst fast eine Stunde Oh Alter Oh, ehlig Geld Das fangen wir jetzt durch Warum? Keine Ahnung Nun, gut, lol Jonas plumpst halt runter Aber das ist irgendwie auch der schwierigste Punkt an der Map, ne, mit den Rohren Boah, Junge, ey, es kann doch nicht sein Meinst du jetzt die hier unten oder da oben? Da oben Ja Deswegen hat die Map ja auch nur 14% 14% ist doch voll easy, man Ja gut, dann machen wir nächstes Mal ne 7%ige Hast du einen? Weiß ich nicht Gucken Aber als nächstes machen wir, glaub ich, mal wieder so einen schönen Wowriter Ja, auf jeden, ey Der hätte zwar den ein oder anderen Respawnpunkt besser setzen können Das ist das, das ist ja Levelation Naja, deswegen kann man hier nicht meckern Das Ding ist, es gibt auch Maps, wo du sowas machst und der Respawnpunkt gar nicht da ist Das du alles für vorne machen musst Ja Alter Du kack-Wichser Fabian, alles ist deine Schuld Ja, du bist schon längst weg, Alter Alles deine Schuld Ich wär so oft dazwischengefallen, ne? Das glaubst du nicht, wo du gerade was läst Ja, glaub ich dir Ich hab mich da so an den Rand hingestellt Dann hab ich so nach links, bin ich so weggesprungen Nein! Wohin bin ich gegen den Link geknallt und bin auf dem rechten Gang gelandet Ja, ich bin beim Link irgendwie abgerutscht Aber nice drive, Leid So, langsam wird's eng mit der Stunde Als ob ich mir kein Flugzeug bestellen kann Nope Mir wird nicht geschummelt Hatte ich doch gar nicht vor Nein! Ich glaub, das wird auch wieder so ein Video, was Celine dann schneiden kann Ach, Celine schneidet deine Videos Also, die zweite Map da, die zwei Stunden ging, hat sie gesagt, schneidet sie Ne, jetzt verdrehe ich mal umschauen, mit der Quatsch dran stehen Ne Jetzt hab ich die, außerdem war die zwei Stunden Map die dritte Ja, mein ich doch Die andere? Echt? Ja Ne, die andere, die geht ja nur ne Stunde Nur Ne, jetzt? Aber die war geil, ja Ich kann mal um vier Quatsch dran stehen Was hast du dran stehen? Ich kann mal um vier Quatsch dran stehen Ja, ich weiß Habt's ja vorhin schon gesehen Sieht auf der anderen Seite noch geiler aus Ey, Alter Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, Alter Was ist das für ein Husu? Kann doch nicht sein, dass der so behindert ist, ey Wie meinst du denn, alle Punkte gehören, hä? Das war Spaß Was explodiert hier denn eigentlich die ganze Zeit? Weiß ich auch nicht Ist auch richtig clever mit dem Handheld Granatwerfer rumzulaufen und die Mission hier die Sprünge zu machen Hä, warum nicht? Nicht, dass der noch versehentlich auslöst Weil dann schieße ich nicht einfach nur in der Wand, da spreche ich mich halt einfach Jo, ist auch geil Erstmal ne Runde chillen Mit dir chillen Alter 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 Alter, da sind ständig die Reifen, die kaputt gehen, ne? Ja Ja Sind ja auch nur ne Handvoll Quatsch gewesen, ne? Pff, pff, pff Hä? Was hat mich jetzt runtergeschleudert? Geschleudert? Aha Ja Alter So unnötig, ne? Nein! Das war so unnötig, alter Hä? Bei mir steht Loli hat mich kalt gemacht Loli ist schon nix im Ziel, aber okay Nein Alles klar, Rockstar Quatsch Quatsch Ich bin auch nicht angezogen Ja Oha Oha Musst du eigentlich hier wo die blauen Generatoren aufhören? Auf das komische Auto oder musst du auf die anderen? Ich muss auf das Auto Ah, ich nicht Tja Ich bin auch einen Punkt weiter als du Ich nicht Ah, jetzt komm ich nicht über die Kackfrax drüber oder was? Das war übrigens die Rache, Jonas Oha Tja Bin immer noch dafür, dass wir für jeden Fail einmal trinken Im Nachhinein Ja, so Mhm Wie viele Fades waren das jetzt? Ah, okay, so viele Rip, 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 rip Heißt, die zweite Folge schneide ich dann doch jetzt, oder was? Alter Der, 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 der hat solche Spastiken, ne? Der hat doch noch nie irgendein Körperteil bewegt Wahrscheinlich ist der gerade erst aus seinem Rollstuhl aufgestanden So behindert bewegt er sich Hi Na, es geht Ja Nicht viel Krasser Scheiß Alter Ins Loch Pfff Aber da will ich dieses Mal gar nicht rein Ja Hättest du dir vorher überlegen müssen Ja Todesglody hat das Spiel verlassen Loi, warum? Loi RIP Ja, du darfst dich raus haben Mapp nicht, ich hör sie raus Ja, wow Ich kann aber die ganze Welt verliehen Ja 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 Und gut so Ja, war keine Absicht Ja, passiert Meine passiert ist in der Nähe Wahrscheinlich gerade nicht so, ob es ist Was, Seli? Alter Was passiert hier? Ist vielleicht schon wieder auf mich drauf gefallen oder was? Nö, ich bin ganz oben Ach, stimmt Ich war ganz oben Hast du geschafft gehabt? Nein Hä? Und warum war jetzt plötzlich der Countdown an? Keine Ahnung Weil das Spiel dumm ist Okay Okay Leute Dann war es das an dieser Stelle Mit der Mapp Wir haben ja so viel Gut, dass es keinen Gewinner gibt Gut, dass es keinen Gewinner gibt Aber so viel haben wir ja jetzt sowieso nicht mehr verpasst Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge Checkt den Nick in der Beschreibung Dort geht es zu Jonas Sicht Ja, oder auch wieder andersrum Bis zur nächsten Folge Tschö tschö